Was? Carly macht bei einem Wettbewerb namens der schönste Teenie mit? Ha! Dass ich nicht lache. Ich bin doch viel heißer als diese Kuh. Deswegen mache ich da jetzt auch mit. Oh! Courtney macht jetzt auch beim Wettbewerb mit. Aber ich bin hier die Süße. Ha! Ich habe fünf Kommentare, zwei Likes, so gut wie gewonnen. Wow! Dann nehmen wir heiße Ladies an diesem Wettbewerb teil. Vielleicht ändern sie mich ja, wenn ich ein paar Fotos poste. Hm! Du bist ein richtig geiler Hengst. Oh yeah! High five! Courtney, du bist überwältigend. Ich weiß. Addie mich. Du bist ein Schnuckelchen. Vielleicht gefällt dir das ja. Addie mich, wenn du willst, okay? Was? Der Typ macht ihr ein Kompliment? Hast du dir überhaupt mal meine Bilder angeguckt? Du bist doch nur eifersüchtig, weil man mich lieber mag. Oh yeah! Zickenkrieg! Addie mich! Heiß. Wunderschön! Hm, sexy. Fantastisch! Zehn von zehn. Ihhha! Kannst du Karate? Denn dein Arsch haut mich um! Was? Es ist doch wohl offensichtlich, dass ich der Gewinner bin. Ich- – Dich – Dich – Dich Untertitelung des ZDF, 2020